Hallo, neues Video von Six. Letztes Mal haben wir gespielt rechts, links, rechts, rechts auf dem Becken. Jetzt spielen wir links, rechts, links, rechts, links. Also die letzten fünf Schläge der Sextole. Das heißt der erste Schlag von der Sextole wird nicht ausgeführt auf dem Becken. Ich spiele euch das mal vor. Ich schalte hier um. Also wenn ich jetzt nur die Becken spiele, wäre das. Und so weiter und so fort. Ich spiele euch das mit Bass und Schnellam. Zweiter Rhythmus Viel Spaß beim Üben. Und so weiter und so weiter und so weiter. B Philosoph das mit Bass und Schnellam